Hallo und willkommen in Zürich. Hallo. Zuerst mal, ich gratuliere zu diesem deutschen Oscar-Kandidat. Was bedeutet es dir denn, dass der Film überhaupt dafür in Erwägung gezogen wird? Also erstmal bedeutet es mir, dass der Film dadurch natürlich weiter gesehen wird. Dass er natürlich Unterstützung bekommt im Marketing und mit Vorführungen auf der ganzen Welt, sodass mehr Menschen ihn sehen können und mehr Leute erreicht. Und das ist eigentlich der große Vorteil davon. Aber am Ende ist es erstmal die erste Hürde zum langen Weg und dann mal gucken, wo die endet. Für mich hat sich der Film ein bisschen angefühlt wie ein Horrorfilm. Nur schlimmer, weil es eben einen starken Bezug zur Realität hat. Aber auch durch die Musikwahl und die Elemente von einem Horrorfilm fand ich dort. War das eine bewusste Entscheidung? Nein, war keine bewusste Entscheidung. War mir nicht bewusst. Es ist interessant, dass Sie das so sagen. Ich glaube, was ich wollte, ist einfach das größtmöglich an die Realität mit all seinen Auswirkungen, mit all dem Schlimmen, was man da erleben muss, zu zeigen. Weil ich dachte, ein Kriegsfilm, der das beschönigt, das wäre einfach verlogen und am Ende dann auch Propaganda. Und deswegen wollte ich das so realistisch wie möglich zeigen. Ich denke, das ist auch absolut rübergekommen. Dein Film ist ja die dritte, aber die erste deutsche Verfilmung von dem Roman. Weshalb wolltest du genau denn diese Geschichte aufgreifen? Naja, also die Geschichte ist sozusagen, also die Geschichte, dieser Roman ist so bekannt in Deutschland. Oder in der Welt, ist eigentlich der größte Bestseller weltweit. Und das hat mich dazu bewogen, als ich den Anruf bekam, ob ich das gerne machen möchte, zu sagen, dass diese Geschichte nochmal in die Welt zu tragen, aus deutscher Perspektive. Und unsere Perspektive auf diese, Deutschland ist ja im Grunde das einzige Land, was im letzten Jahrhundert seine selbstdestruktiven Impulse in die Welt getragen hat. Und das als deutschen Film zu zeigen, fand ich interessant für andere Länder auch. Also diese, ja. Du hast im Film noch die Perspektive der Diplomaten betont. Die war ja im Roman, glaube ich, nicht auf diese Weise so erzählt. Wieso war es dir denn wichtig, diese Seite noch zu zeigen? Also Erzberger, die Figur von Daniel Brühl, Matthias Erzberger, der diese Verhandlungen im Zug führt, das ist ja ein bekannter Teil der deutschen Geschichte. Und der Remarque hat diesen Teil noch nicht gekannt, weil er das Buch erst, also das Buch vor 90 Jahren geschrieben hat oder vor fast 100 Jahren. Und da gab es den Zweiten Weltkrieg noch nicht. Wir haben jetzt die Perspektive, 100 Jahre später, dass das erst der Anfang war von einem noch viel schlimmeren Krieg. Also dass da der Grundstein gesetzt wurde. Und das fand ich wichtig, da ein Schlaglicht draus zu setzen, dass die Geschichte noch weiter ging. Dass es jetzt nicht mit dem Ende des Ersten Weltkrieges das Gemetzel aufhörte. Das war wirklich erst der Anfang. Und wir haben dann noch weiter das Grauen in die Welt getragen. Und das fand ich irgendwie wichtig zu zeigen. Absolut. Unsere Sendung heißt ja Kinowetter. Und deswegen finde ich immer die Frage spannend, wie das Wetter die Dreharbeiten beeinflusst haben. Und ihr habt ja in Prag gedreht, ich glaube im Draußen. War das irgendeine Hürde oder hat das sogar geholfen? Da gibt es zwei Anekdoten. Erstens war das Wetter der größte Druck auf meinen Schultern. Weil wir haben im Februar angefangen und im Mai aufgehört zu drehen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn der Sommer kommt, kann ich nicht mehr weiter drehen. Ich wollte diesen Film grau haben und einfach, das spielt ja auch viel im November 1918. Und einfach dieses Wetter auf den Schultern, auf unseren Schultern, dass der Himmel niedrig ist, dass die Wolken da sind, dass die Sonne nicht prall ist und dass der Himmel einfach nicht blau ist. Und nichts Positives da ist. Und das war erst mal ein wichtiger Faktor. Und ich dachte, wenn einer von uns Covid bekommt und wir zwei Wochen stillstehen, dann lande ich im Sommer und dann kann ich den Film nicht weiter drehen. Und das war ein unheimlicher Druck. Und das andere war, am Drehtag zwei, es gibt im Film eine Szene, die es verschneit. Da schneit es und es ist wunderschön. Und es war eigentlich fast das Schönste, was ich je in meinem Leben gedreht habe. Ein unheimlich schönes Bild, eine unheimlich schöne Szene. Und es fing also an zu schneien morgens. Und drei Stunden später war es wieder grün. Der ganze Schnee war weg. Und natürlich muss man im Film die Kontinuität behalten. Man kann nicht im Schnee anfangen und dann im grünen plötzlich weiter drehen. Wir haben also plötzlich umgelegt und haben gesagt, okay, lass uns heute Nachmittag reingehen. Und haben dann drinnen gedreht. Da geht das. Und dann haben wir dann über Nacht, weil es natürlich nicht geschneit hat am nächsten Tag, sondern immer noch alles grün war, haben wir durch Special Effects das ganze Feld eingeschneit und haben gesagt, okay, jetzt können wir weiter drehen. Und so haben wir dann Schnee kreiert, um die Wetterkontinuität beizubehalten. Super, ich danke dir. Und viel Spaß noch mit den Interviews und hier in Zürich. Herzlichen Dank. Vielen Dank.